Du bist jetzt dran, dann du und dann hier auf der Seite. Mein Name ist Ado. Ich möchte an der Stelle gerade doch die Leute nochmal daran erinnern, die hier vorbeigehen, um was es überhaupt hier geht. Hier geht es um unsere Grundfreiheiten, die massiv durch unsere Bundesregierung verlässt werden. Und jeder, der das Grundgesetz als Laie liest, versteht grundsätzlich daraus, dass die Bundesregierung klar Verfassungsbuch begeht, wenn sie Menschen bewusst ausspäht und ausspioniert. Und dann sogar noch die USA dabei unterstützt. Das sollte jedem bewusst sein. Hier geht es um unsere Grundrechte. Und jeder, absolut jeder, der für Freude, für Freude im letzten Land sind, sollte auf die Straße gehen und für unsere Grundrechte einzigen. So, ein flammender Abend an die Schildkommissionen. Es ist gut, es sind viele Leute, sage ich trotzdem. Wir haben 50 angemeldet, sage ich euch. Wir sind immerhin, wenn ich es vorüberblicke, vielleicht 250, jetzt ein bisschen weniger. Aber alles hat klein angefangen, ich sage es nur. Es kann durchaus sein, dass es eine Bewegung wird, die auch sehr stark wachsen kann, wie du es jetzt gerade gemacht hast, wenn die Bürger aufwachen, weil es ist für sie so abstrakt. Es tut ihnen nicht weh, weil sie es nicht direkt merken, sondern nur innerlich und sie immer mehr selbst ihre eigene Freiheit einschränken. Deswegen.